Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in Pornpannas Kochstudio. Und zwar gab es ja letztes Mal bei unserem Kochvideo ein wenig, nicht so viel Begeisterung, sagen wir es mal so, mit den Hühnerfüßen da. Dafür machen wir heute etwas ganz anderes. Und zwar es ist ja Grillwetter in Deutschland. Heute machen wir was zum Grillen. Der Grill wird angeschmissen. Es gibt Schaschlik. Aber natürlich, wir werden ja nicht hier Pornpannas Kochstudio, wenn wir da einfach nur so Schaschlik-Spieße nehmen würden. Nein, nein. Wir machen es auf die gute alte Rambo-Art. Also richtig, da kommt was rein. Richtig, da was für Männer da. Da kann ich schön mal dran rumkauen hier an dem Teil danach. Also, heute fleischlastiges Essen heute. Da lacht der Uwe. Da freut sich der Bauch wieder hier. Also, heute Grill anschmeißen. Schaschlik mit einer schönen scharfen Marinade zum Einlegen für das Fleischstandard. Also, es wird schön würzig heute. Heute schneid es dem Uwe. Ich schwöre. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Heute kochst du. Also, es ist Sommerzeit. Es ist Grillzeit. Und das heißt, wir machen heute mal ein paar Spieße. Also, wie jetzt gesagt schon, dazu brauchen wir Knoblauch, Chihon, Koriander, Ingwer, Ingwer. Dann haben wir hier Tomaten, Zwiebel, Paprika und wir haben Ananas. Prima. Also, das jetzt erstmal wieder in den Mörser hier. Mach Soße anfang. Geht Soße, ja. Du musst den Grill noch anschmeißen. Einlegen musstest du ja auch dann noch die Spieße dann da, ne? Ja. Pfeffer. Pfeffer. Wer stört die Aufnahme? Pfeffer. Zucker. Bei dir kommt immer Zucker rein, ne? Ja. Immer Zucker. Schmeckt man zwar gar nicht, aber Zucker. Zucker muss immer rein. Oh, was ist das denn jetzt hier? Oh, jetzt kommt sie wieder. Curry. Powder, Chili. Chili, pardon. Chili. Powder, ne? Paprika. Ja, jetzt müssen wir aber gucken jetzt. Chili oder Paprika? Jawohl, Paprika. Paprika. Gut. Und hinein damit. Was ist das? Öl. Normales Öl, ne? Normales Speiseöl. Was hast du was hast? Tomato Sauce. Oh, das ist keine Tomaten. Das ist doch etwas anderes, ne? Tomato Sauce. Ja? Tatsächlich. Ketchup. Ketchup. Normaler Ketchup. Jawohl, gib alles. Wie viel war das jetzt? Ohne, Schippe vor dir. Zack. Je nach Geschmack. Gell? Und? Und? Chili. Und? Chili. Chili Sauce. Oh, der wird aber ein Scharke. Das gibt eine scharfe Sauce, oder? Paprika, Chili, na ja gut. Ist ja für den Grill, ist ja auch nicht gut, ne? So, Pilzsoße. Dünn. Dünn. Uwe, du musst die Soßen immer zeigen. Ja, Uwe zeigt die Soßen immer. Kommt immer Kritik, ich mach das viel zu schnell. Da, guck. Pilzsoße, dünn. Und, was ist das jetzt hier? Essig. Ach, da kommen wir auch noch rein. Machst du einen Salat, oder was? Oh, das ist nur wenig. Nicht so viele. Nicht so viele, okay? Ja. Dann, sieht das aus, eine richtig schöne Grill Sauce. Was du alles zaubern kannst, ehrlich gesagt. Einfach so hier aus dem Handgelenk, so. Was? Du nicht kaufst hier Mexikan-Salsa-Sauce da. Du kannst das selber machen. Guck mal halt. Echt nicht. Habe ich mir schicken lassen, ne? Von Maggi ist die, oder Knorr? Mexikan-Salsa? Knorr. Maggi, oder? Maggi. Gut. Schweinefilet. Ach, jetzt kommt der Schweinefilet. Ja, 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 ja. Okay. Ach, es gibt eine Marinade, gibt es hier. Ach, jetzt ist Le. Das gibt eine Marinade, um das Fleisch einzulegen. Ja, ja. Ich habe gedacht, das wäre so eine Dip-Sauce hier zum Dippen hier. Mhh. Also nein, es gibt eine Marinade, um das Schweinefleisch. War das jetzt nur Schweinefleisch? Ja, Schweinefleisch. Schweinefleisch. Okay. Schweinefleisch. Okay. Schweinefleisch. Okay. Gut. But. 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 Man könnte aber auch Hähnchen nehmen. Ja, aber... Wenn man, wenn man wollte. Ja. Okay. Gut. Ich bin mir lecker. Oh, Tielack. Mein guten Hongtong hier. Sag mal. Sag mal. Heute wird es aber lustig hier, oder was? Ha, 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 ha. Oh, ein Schluck Hongtong rein hier, du. Ich werde bekloppt. Lecker. Lecker, das weiß ich. Ist mein Lieblings-Whisky. So, das Beste wäre jetzt, weil je länger, desto lieber einwirken. Am besten jetzt über Nacht stehen lassen, oder? Ja. Ne? So. Das wäre jetzt das allerbeste, dass es schön, richtig, ne, mit durchzieht. Und, ja, wir lassen es jetzt allerdings nicht so lange stehen. Aber ich muss den Grill noch anschmeißen sowieso. Und ich habe nämlich jetzt Hunger, und ich habe morgen nicht Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Also. Gut. Lassen wir es mal ein bisschen einziehen jetzt, ne? Hm. Wie jetzt gesagt, normalerweise lange einziehen lassen, ne? Gut. Äh. Was ist denn das? Was ist denn das, Porn? Was ist denn das? Wie geht denn, so wie wird. Was ist denn das? Also, ähm. Ihr kennt ja Schaschlik, kennt ihr ja, ist ja klar. So, Spieß da, hier Holzspieß, und dann hier drauf damit. Porn macht das jetzt ganz anders. Jetzt pass auf. Jetzt bin ich ja aber echt, echt gespannt hier da. Jetzt, pass auf, hier. Ist das, äh, Schaschlik auf Thai Art? Wat? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Hast du das schon mal gemacht so? Ja. Hält das? Ja. Ah, ha, 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 ha. Also das ist jetzt unbedingt Pflicht, wenn ihr das jetzt nachkocht, ihr müsst unbedingt einen Bambus haben, unbedingt, also das nicht mit dem Spieß, nein, nein, um Gottes Willen, das geht nicht. Also ich kenne das normalerweise so, ein Fleisch und dann kommt hier, so, du machst ja zwei Fleisch und dann machst du was anderes wieder, ja, du machst eh alles anders, ich weiß schon, ja, 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 also mein Gott, meine liebe Scholi, meine liebe Scholi. Oh mein Buddha, aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Soll ich oben zuhalten? Du bist ein bisschen holen, danke. Warte mal, ich halte dich mal zu? Ja, richtig, danke schön. Ja, ich bin ja nicht nur Kameramann, ja, ich bin ja intelligent, so, ich weiß doch, wenn meine helfende Hand gebraucht wird, so, geht. Das sieht ja echt aus, wie für richtige Männer hier. So muss das aussehen, gell, richtig, mein Schatz. Nicht da ankommen mit dem Fleischspießle denn da und, ach ja, ne, so ist das richtig, so, jawohl. Das wird Rambo auch so essen, herrlich, mein Schatz, ich mach wieder ein bisschen aufhalten hier, so, ja, ja, so, und so, ach, ist das aufregend da. Ja, 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 da machen wir mal ein Kilo Fleisch da rein, hier, da weißt ja, Fleisch ist mein Gemüse. Wir haben gesehen in Tunesien auch mein Kandik. Haben die es auch so jetzt gemacht? Ja, dann zum Leuten, gib bisschen von mir, warten so lange. Ach, das war ein scheiß Urlaub da. Ja, ja, richtig. Hey, Türkei war das, Türkei, 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 wir umtauschen Hotel Sofio, das war in Türkei, ich schwöre bei meiner Möhre, nein, in Tunesien hatten wir das 5 Sterne Hotel, das 5 Sterne in Tunesien mit der englischen Oma da, mit der alten Lady, mit der alten Lady, das war in Tunesien. Da war so eine ganz alte, wirklich, die war bestimmt, ich meine, ob die schon 90 war, ich habe keine Ahnung, aber wirklich, wie aus dem Lehrbuch, also wirklich old style, mit Tee trinken dann da und Fingerspreizen dann da und wie sie auch dann sprachen, also wirklich, wie eine Queen, also wirklich, ehrlich, Porn war begeistert, muss ich echt sagen, richtige old English lady und das war in der Tunesien. Und das Hotel, das was scheiße war, das war in Türkei, da hat mich so viel Ärger. So, gut. Hoch, gerne noch mal, du. So, das esse ich, okay, und was isst du? Kleine. Ach, du hast noch kleine auch noch da? Ja, warte. Boah, das sieht ja geil aus, du. Hahaha, hat gewählt, ne? So, Jungs, das sind meine. Und hier für die Damen gibt es natürlich dann auch hier so, ja, doch, doch, ne? Das kann ja jeder, das ist ja einfach, das ist ja, das ist ja langweilig. Ach, nee. So, das wollen wir nicht so, ne? Also. Ach, das ist ja langweilig. Nein, wir wollen jetzt richtig hier Rambo-Art. Geil. Also, ne? Wenn ihr keinen Gebambus habt, dann macht das halt hier mit Schastelspieß. So. Und dann, doof auf den Grill. Huuu. Süß. Oh, ho, 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 ho. Jawohl, das sind meine. Truff. Herrlich. So, und die kleinen hier? Ja. Na ja, ne? Na ja. Na ja. Da hat nicht so heisst du hinten. Jetzt willst du drüber kippen. Ey, da tropft auch Feuer drauf. Ja gut, ist ja hier, hier kann man jetzt ja gleich so schön umdrehen, ne? Das ist schön, ne? Das ist natürlich vorteilhafter, ne? Ja. Ja, siehst du. So, herrlich, herrlich. So sieht das perfekt aus, mein Schatz. Jawohl. Schön knuschprig. So muss das aussehen, so gefällt mir das. Zack, zack, zack. Fertig? Boah, das sieht besser aus, wie letztes Mal mit deinen Hühnerfüßen, du ehrlich, ey, du. Das kam nicht so gut an, heute machen wir richtig, ne? Heute ist was Richtiges, gell? Ja. So, das gefällt uns, richtige Männer hier. Jawohl. Hey, warte mal wieder. Abholen gibt's ja aber nicht, du. Meine, nein. Ach so, deine. So, ja. So, jung sich. So jung sich. Hö元. Arsch. Rrrrraus. 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 What ist so, Kat? Mh ! 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 Mh. Mh. jungs also so muss das sein oder ja ich mein so kann man das essen so muss das sein echt alle lecker die soße ist sie gut ehrlich also das ist eine perfekte marinade also wirklich mein jungs die marinade zum grillen super ehrlich du ich sag dir wie viel steine kann man ruhig mal fünf steine geben doch ja da ist es mir eine tomate raus perfekte soße schön schön scharf schön würzig also den zucker schmeckst du gar nicht raus den zucker schmeckst du nicht raus glaubt du brauchst gar nicht rein machen deswegen ist man ganz noch so dick aber echt schöne scharfe soße mit dazu super also ich würde sagen dann legst du dir alle finger jetzt danach dann da und und lippen auch ich würde sagen das war es für heute immer nachdenken einen liken kommentieren abonnieren ein dickes fettes lob heute an die poren super gekocht also heute wirklich perfekt also und noch so schön dekoriert war spitzenmäßig das war es für heute immer nachdenken kann den liken kommentieren abonnieren der ufo und die poren aus thailand und tschüss so mein lieber juli aber vor und was waren das für auf jeden fall hervorragend oder ich gucke mal ob die soße jetzt namen hat und aber ehrlich du das passt also wirklich zum grillen wahnsinn kann das kinder essen ich glaube nicht dass die soße ja okay also ja vielleicht ein bisschen weniger dann dann aber sonst jetzt aber endgültig tschüss